König Kasper werde ich genannt und komme aus dem Morgenland. Ich trage mein Schwert in meiner Hand. Bin ich auch schwarz von Angesicht? Ihr lieben Leute, fürchtet euch nicht. Ich bin als guter König bekannt, aus Nubion, dem Morgenland. Ich möchte den göttlichen Heiland verehren, drum komme ich her aus weiter fern. Ich habe mein warmes Land nun verlassen und früher bearmel ich auf den Winterstraßen. Auch durch die Wüste haben wir uns gewagt, weil der Prophet ist zugesagt, dass der Stern uns gut führen wird, zum König des Himmels und Heiland der Erde. König Melchior heiße ich zugleich, komme her aus Österreich, habe von zwölf Propheten erfahren, dass der Welt Heiland sei geboren, habe mich gleich aufgemacht von Wien und ziehe nun nach dem Stern zum König der Könige hin. Jetzt haben wir gar auch den Stern verloren, vielleicht hat es ihn gar weggefroren. Möge Gott es sicher wenden und uns den Stern herniedersenden. Wir drei Weisen folgten dem Stern, wir suchten und fanden Christus, den Herrn. Wir finden ihn heute unter Klanken und Armen, darum bitten wir euch um euer Erbarmen. Gebt reichlich dir Geld, Habt und Brot, denn so viele Menschen leiden nach Not. Es gibt so viele Menschen, die Christus nicht kennen, darum helft, dass sie bald seinen Namen nennen. Kasper Melchior und Balthasar wünschen euch ein frohes Jahr. Kasper Melchior Kei Möge Gott Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020